Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, da nach fast 10 Jahren nun auch die letzten Akkus so langsam in Dienst quittieren und nur noch wenige Minuten durchhalten und selbst in dieser Zeit die Leistung kaum noch reicht um größere Löcher zu bohren, dachte ich schon, ich muss nun doch richtig Geld für einen neuen Akkuschrauber in die Hand nehmen, obwohl das Gerät an sich trotz der vielen Strapazen der letzten Jahre immer noch so funktioniert wie am ersten Tag. Blöd ist nur, das offenbar bietet AEG gar keine Ersatzakkus mehr für meinen BS12X Schrauber. Dann bin ich auf diesen Akku gestoßen. Anfangs war echt etwas skeptisch, ob die Qualität eines drittanbieter Akkus mit dem Original mithalten kann. Aber nach den ersten Einsätzen mit dem neuen Akku kann ich nur sagen, dank dieses Akkus hat mein treuer und unverwüstlicher AEG-Bohrschrauber wieder die ursprüngliche Power für alle Projekte im und am Haus. Der Akku hat auch mehr Power als die originalen Akkus und hält gefühlt 20% länger durch. Nach nun vier Ladungen und gleichbleibender Leistung kann ich hier nur meine Zufriedenheit über diesen drittanbieter Akku kundtun. Ich werde mir wohl noch mindestens einen weiteren Akku bestellen, um wieder die alte Flexibilität zu erreichen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.